Guten Tag, willkommen in der Adler Apotheke. Bitte warten Sie einen kleinen Augenblick, wir sind gleich für Sie da. Oh Mann, heute ist wirklich extrem viel los. Hinter den Kulissen arbeiten wir ganz hart am Limit, damit Ihr Anruf in Kürze zu uns durchdringt. Bitte geben Sie uns noch einen Moment Zeit. Aktuell ist einfach viel los. So, jetzt geben wir Gas und verbinden Sie schnellstmöglich mit Ihrem Gesprächspartner. Vielen Dank.